Ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Aram und in dem heutigen Ranked Game spiele ich Zix auf der Midlane. Mit dabei ist der Can und er spielt Malfight auf der Toplane und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Ja wenn wir drüben sind. Jawohl ja. Ne ich hab wirklich den Urgott. Können auch tauschen wenn du willst. Ne. Ich hab keinen Ignite für die Scheiße. Willkommen in der Kluft der Beschläge. Ich krieg auch nicht. Ich hab den Slow also wenn ich beginne. Also ich mach als erstes. Ah es ist aber ein Twitch-Jungle. Der wird Red starten. Muss ich ja wieder auf Level-2-Gank aufpassen. Mhm. Bei dir. Oder Bot. Ja. Du kannst zu deiner Länge gehen. Du bist eh hier überflüssig. Okay. Ne du kommst zu spät. Ich bin schon unterwegs. Ich bin schon unterwegs sagt Zix. Mhm. Ich bin schon unterwegs. Ich bin Spaß. Ungeduldig? Ich bin nicht ungeduldig. Oh. Da war ein Pferdchen. Ich hab's gehört. Keine Sorge. Ich übernehme das. Na komm. Komm. Reicht. Reicht. Ja. Reicht. Hab ihr Reha down. Das ist gut. Ich bin ja auch Norddeutschlands bester Gutmacher. Hier in dem Jungle Twitch. Oh scheiß Erkältung. Haben wir nass gemacht. Nice. Habt ihr auch fein gemacht. Boah, auch nicht. Doch, ich muss die. Er ist so freezed. Oh. 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 Ich bin nicht ungeduldig. Ich bin nicht ungeduldig. Ich bin nicht ungeduldig. Ich bin nicht ungeduldig. Ich bin ungeduldig. Ich bin ungeduldig. Iridia Low? Nee, gar nicht. Okay. Nein? Doch. Ich dachte, ich krieg das große nicht. Nein! Nein! Bietet sie für den Kill. Echt? Der war sowas von safe für mich. Toll. Oh, gleich. Ja, warum hast du das jetzt wieder gemacht, ne? Ja. 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 Oh, der hat gesessen. Twitch darf er in die Base gehen. Jo. Eurya ist auch Base gegangen, hab ich gesehen. Ah, dammit. Was ist das? Was ist das? Oh, die schnapp ich mir, wenn sie zu ihrem Tower kommt. Nee, kommt sie nicht. Nee, das lassen wir nicht zu. Bin halt ein guter Ziggs, ne? Mal sehen, vielleicht kriege ich den Tower. Ja, wenig Minions. Nee, reicht nicht. Oder? Doch, reicht. First Tower. Nice. Wer lacht denn da so? Ist das deine Freundin oder ist das im Fernsehen? Es ist ein Film. Schön und das Biest. Oder was ist das jetzt? Immer noch? Ja, auf Englisch. Das ist ja immer so melodramatisch. Na, dafür lachen sie aber viel. So hört sich das an für mich. Na ja, ich höre auch nur... Hallo, Irelia. Scheiße, wenn man als Irelia nicht so gefeedet wird, ne? Ah, ja. Schon eklig. Spiel lieber ein vernünftigen Midlane-Arméde. Ah, da, 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 da. Äh! Jetzt war ich aber die Maus verrissen, ey. Alter, Kay, machst du mal bitte Damage. Ah, nee. Er schafft es nicht. Mit dem Mist? Nee, da ist er wieder. Ein Verbündeter wurde getötet. Keine Sorge. Ich übernehme das. Boah! Ach, komm! Ey, Mann! Guck dir die beiden an. Das gibt's doch nicht. Shit! Geh ich mal vorbei. Ja, zwei Lacker, genau. Zwei Stück gleich. Mist. Ja, aber der Overt genauso. Ja. Oh, ich krieg nicht mal ein Assist dafür. Sauerei. Ja, es hätt aber... Na, ich weiß nicht, ob es ein KS war, aber es hätt nicht sein müssen. Na, egal. Hauptsache, down. Ja, das hätt man schon gerne. Ja. Oh, komm ich mit der Ult nicht dran. Ah, die ist tot. Jetzt wollen wir uns zum Borderland Tower. Ja, ich weiß nicht, ob es ein KS war. Ja, ich weiß nicht, ob es ein KS war. Ja, ich weiß nicht, ob es ein KS war. Ja, ich weiß nicht, ob es ein KS war. Ja, ich weiß nicht, ob es ein KS war. Ja, ich weiß nicht, ob es ein KS war. Ja, ich weiß nicht, ob es ein KS war. Ja, ich weiß nicht, ob es ein KS war. Ja, ich weiß nicht, ob es ein KS war. Ja, ich weiß nicht, ob es ein KS war. Gatze Tower Raus ulten Oh, der Twitch-Boy war da Mann, ey Guck dir wieder unseren Jungler Jetzt kommt er Vogel hat dann auf die Display geflasht Jo Ich geh jetzt erstmal ein Pink-Word machen Stört mich schon die ganze Zeit Ähm, mein Bot, äh, Top-Lainer fehlt Äh, auch Urgott Kannst du machen? Ich möchte ungern meine Ult einfach so da hinballern Ja, ich bin auch hinunterwegs Ja, der kann noch miterhalten Pfeifen wir das? Aber einfach weg Oh, Leu Ich bin schon am Tier 2 Puschen Doch, gleich ist doch kein Mhm Ah, wenn du das so weiterspielst Oh, ich muss backenden Das war mir doch zu knapp Epp, T2 bekommen Nice Und wir haben so zurückgeschlagen Sogar mehr Kills bekommen wir als die, denke ich Ja, was heißt, denke ich Die haben gar keinen bekommen Du bist zu spät, Kane Wobei, wenn er direkt rüberläuft Könnt ihr die zur Zeit machen Ich halte die Mitte Er will ja, er ist schon da Und unterschätzt ihn nicht Er hat einen guten Form Keine Sorge Ich übernehme das Okay Ich habe alles überlebt Jetzt top lane Du kannst sie dir wieder grünnen Abgefrühstückt Weiter So 13 Sekunden Müssen Gut Karma war das Oh, T2 Oh, oh Ah ja Keine Sorge Ich übernehme das Ein Gegner wurde getötet Malfe 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 Mach Damage hier Malfe Nein! Scheiss Minions! Und ich hab kein Mana mehr Das war so knapp! Ja.... Mit allen ey Die habe ich gebated Die hast aber voll gebated ey Gegnerischer Doppelking. Hey! Wo ist die Waffe? Ja! Doppelking! Die ist rausgekommen. Ungeduldig? Ich bin jetzt ungeduldig. Hahahaha! Weiß? Snick ich mir. Und war das gut oder war das gut? Gut. Ich sag doch, ich bin ein geiler Zix. Hehehe. Ah, die haben mir eine Pink-Wort. Hahahaha! Hahahaha! Das ist richtig gesund, Digga. Nee. Oh, geht mir auch gar nicht gut. Ah! Ich sag doch, die Irelia ist sauer. Ja! Jetzt wollen sie schon reporten. Sieht doch schon lustig aus, wie die sich hier um den Farm prügeln. Ich will einen Assist. Hast du bekommen? Ja. Beide. Ja. So, gedacht. Hab ich. Gehlt hab ich. Abgehört. Gehlt. Haha! Haha! Nice, Kiles! Haha! Kill for Q, würd ich sagen. Hehehe! Nah, dann geh ich erst mal an. Hehehe! Und dann geh ich erst mal an. noch mal back mein baron will ich nicht verlieren toll fehlen 50 gold mach mal einer was ich flasche was ich gesagt war ich will carry you wait for me I will carry you oh oh Digga du hast ein Problem ne oh doch nein mein Ull trifft keinen mehr die wussten glaub ich dass ich da bin oder ich weiß nicht die haben sehr gut also ich wusste es du siehst mich auch achso entschuldigung das ist ja jetzt keine Meisterleistung irren Sache auch naja ooooh vergreedet so on my way oh ich mach das hier schon ich hab auch Beid Ui 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 kann man was machen also ich habe Ui ich auch wieder wollen wir das mal timen wollen wir das ganze Team dazu mal zu one shotten hehehe joa wenn sie da gleich stehen das geht muss ich jetzt ein bisschen Mana sparen hm ok Sibi ist da äh alter Bot das können wir jetzt mal am Tower machen hier wenn die anderen mal kommen Meiner ich glaub es ist der fünfte Tower den ich diese Runde mache ich hab zwei Six ist einfach Schredder Tower Schredder Maschine ey du hast mich nicht vorgewarnt ne weil der Dings reingegangen ist ah ich hab Tower Agro ich will keine Tower Agro oh und Mana hab ich auch nicht mehr ah geben wir auf das ist schon wieder AFK und wer oder? ne ist nicht gesagt muss ja noch keiner gedrückt haben 3-0 reicht aber nicht wie auch immer auf jeden Fall einen schönen Sieg eingefahren und ich hoffe euch hat das Game auch gefallen und wenn ja schaut auch im nächsten wieder rein in diesem Sinne bis bald euer Ram um 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 um